Hallo Leute, willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch meinen Testerloss, den ich heute bekommen habe. Und ich denke, wisst ihr euch alle, was ich gezogen habe. Und ja, ich habe das alles halt getauscht gegen diesen Testerloss. Mit meinem Freund. Ich biete meinem Freund vielleicht noch so ein bisschen Geld, dass ich meine Utopia wieder bekomme. Aber das ist gerade egal. Ich teste Lust und ja. Ich will ihn euch nur kurz vorstellen, weil ihr wisst, okay, da spielt der Junge jetzt auch in seinem Deck, weil das ist selbstverständlich. Und ja. Ich glaube, ich werde dann, ich werde das dann so machen. Und zwar, ich zeige es euch gleich. Ja, ich werde das so machen. Ich werde, da ich dreimal Kurats spiele, einen Kurats raustun und dafür zweimal Testerloss spielen. Und ja, ich finde, das ist halt wichtig. Ich wollte eigentlich nochmal ein neues Video machen, aber das ist dann wohl doch ein bisschen unnötig. Ich werde dann einfach, ähm, ja, in die Videobeschreibung einen neuen Link packen und sagen, ähm, ja, ganz wichtig, ähm, falls jemand da noch reinguckt, ähm, oder ich werde immer so ein neues Video hochladen, Testerloss ist da drauf und meine neue Karte. Und, ja, das war es eigentlich auch schon mit dem Video. Ich hoffe, ihr hattet in diesem kurzen Video Spaß. Und bis zum nächsten Video. Ciao. Ciao.